Hallo, mein Name ist Christine Sommer. Und ich bin Martin Bromach. Wir sind beide Schauspieler und machen uns große Sorgen. Um das Coronavirus. Und deswegen haben wir eine Strategie entwickelt. Zum Einatmen gehen wir immer ins Schlafzimmer. Und zum Ausatmen ins Wohnzimmer. Auf diese Art atmen wir... Immer nur saubere Luft ein. Und da, wo wir ausatmen... Da atmen wir halt einfach nicht mehr ein. Deswegen fühlen wir uns sicher. Und wir fänden es gut, wenn andere Menschen sich daran ein Beispiel nehmen würden. Denn viele sind egoistisch und undiszipliniert. Und die sind ja auch schuld daran, dass alles so schlimm geworden ist. Wenn alle die Zwei-Zimmer-Atmung beachten würden... Hätten wir schon längst keinen Lockdown mehr. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Soll es viel Zwei-Zimmer-Atmung. Und dann wird die Zwei-Zimmer-Atmung. Viele die Zwei-Zimmer-Atmung. Vielen Dank.